Ich vertraue es mir, aber nach dem Ergebnis heute hat sie doch noch nicht viel Vertrauen zu mir. Und ich werde noch ganz hart zu haben. Wie macht ihr das denn? Die werden jetzt auch mit, äh... Ja, Handflitter. Außer Handflitter. Also, du kriegst doch immer Dekkerlis aus. Nur, dass sie es zu mir kommt, ne? Genau, dass sie merkt, den Glühkorn, den Glühkorn, den wir in meiner Hand. Genau. Ja, das ist was ganz cool. Die sei hier auch auf, denke ich mal. Na, erzähl doch mal, was macht der jetzt? Also, wir werden jetzt viel aus der Hand füttern. Äh, Dekkerlis. Und ich denke mal, jetzt nimmt ich auch mal diesen Ruch von mir auf. Da sage ich immer, mit der Hand jetzt arbeiten wir dann mit ihr. Und so, dass sie eben keine Angst mehr Vertrauen zu bekommen. Ja, super. Danke schön. Im Hintergrund ist gerade ein Auto losgegangen.